Heute bauen wir einen unendlichen animierten Hintergrund nur mit CSS. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute gibt es mal wieder was für die Anfänger unter euch. Und zwar gucken wir uns mal wieder CSS an und wir bauen einen unendlich animierten Hintergrund für eure Landingpage. Das Ganze ist nicht wirklich schwer und erzeugt einen richtig coolen Effekt für euer Projekt. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme habt oder so, ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu Discord. Dort könnt ihr der Community join, Fragen stellen, Fragen beantworten, euch mit Gleichgesinnten austauschen. Und ansonsten, ja, legen wir jetzt mal los und gucken uns an, wie genau das Ganze funktioniert. So und los geht's mit unserem eigentlichen Tutorial. Und wie immer in meinen Videos am Anfang erstmal eine kleine Demo, damit ihr seht, was am Ende dabei rauskommt. Ihr seht hier schon Chrome mit unserer Live-Demo, die findet ihr auch unten in der Videobeschreibung verlinkt auf CodePen. Da könnt ihr euch das Ganze angucken. Ich habe hier ein ziemlich einfaches Grid-Muster gemacht, was wir hier quasi als Hintergrund benutzen. Wir werden auch gleich uns angucken, wie man das auch customizen kann, also wie ihr ganz verschiedene Hintergründe verwendet. Grundsätzlich funktioniert dieser Effekt mit jeder Art von repeatable Background. Also sobald ihr ein Muster habt, was ihr endlos in alle Achsen wiederholen könnt, könnt ihr diesen Effekt nachspielen. Und das Ganze ist ziemlich simpel. Aber genug geredet, jetzt gucken wir uns mal an, wie das Ganze funktioniert. So, dieses Kapitel ist etwas exemplarisch, sage ich mal. Wir werden uns jetzt angucken, wie wir so ein Hintergrundmuster erstellen. Es gibt jede Menge fertige Ressourcen im Internet. Wenn ihr einfach repeatable Backgrounds eingebt, dann werdet ihr hunderte von kostenloser Backgrounds finden. Wenn ihr in einer Firma arbeitet, habt ihr vermutlich Grafiker, UI, UX-Designer, die vielleicht sowas für euch anfertigen können. Aber es geht um das grundsätzliche Konzept. Und zwar, ich habe hier eine transparente Zeichenfläche mit dem Namen Grid-BG. Habe ich hier vier Logos. Und das Erste, was wir jetzt machen, ist, wir ziehen uns hier mal ein Viereck rein. Diese Fläche ist 20 auf 20 Pixel groß. Das ist relativ egal, weil wir müssen hier mit einem SVG arbeiten. So können wir das später einfach modifizieren, die Größe. Aber für unseren Fall brauche ich erstmal keinen Rahmen. Und ich mache hier jetzt, dass dieses Rechteck 10 auf 10 Pixel ist. Und wir sorgen auch gleichzeitig dafür, dass wir hier nur eine Deckkraft von 20 Prozent haben. Dieses Viereck ziehe ich jetzt hier oben in die Ecke. Man sieht jetzt hier, habe ich eine transparente Fläche. Dasselbe mache ich jetzt auch nochmal hier unten. Und damit habe ich diese schöne Grid-Muster. Hier oben sehe ich ja schon, habe ich vier Logos. Das kann ich mir jetzt hier reinziehen. Ziehe mir das ein bisschen kleiner, sodass das hier in die Mitte passt. Dann ziehe ich mir auch das TypeScript hier rein. Ziehe das ebenfalls ein bisschen kleiner, dass das optisch in die richtige Richtung geht. Und dass das hier auch korrekt drin liegt. Dann ziehe ich hier unten das Angular-Logo rein. Macht das auch ein bisschen kleiner, sodass es optisch hier reinpasst und zentriert mit dem Sass ist. Und natürlich am Ende noch das View. Das ziehe ich auch ein bisschen kleiner. Macht das hier auch in die Mitte. Also richte das einfach damit mal kurz aus. Und richte das jetzt auch damit aus, sodass das alles korrekt aussieht. Mehr müssen wir hier gar nicht machen. Das Ganze gruppieren wir uns jetzt in eine Komponente. Nenne ich jetzt hier einfach Grid. Und ihr könnt das relativ einfach überprüfen, ob euer Grid funktioniert. Ihr zieht euch die Komponente einfach hier rein und sagt, wir wollen einen Wiederholungsraster. Das können wir jetzt ein bisschen größer machen. Ziehen die Fläche hier in der Mitte auf 0. Ziehen das auch nach unten. Ziehen hier ebenfalls die Fläche auf 0. Und wenn ihr das jetzt theoretisch endlos vergrößern könnt, dann ist euer Grid funktionsfähig und dann wird der Effekt funktionieren. Also so könnt ihr das mit Adobe XD einfach überprüfen. Aber wie gesagt, wenn ihr schon ein fertiges Muster habt, dann könnt ihr das einfach nehmen. Das ist jetzt ein sehr simples Muster. Es funktioniert natürlich auch mit deutlich aufwendigeren Repeatable Backgrounds, also so Patterns. Die sind aber viel, viel aufwendiger zu machen. Und das sehe ich jetzt nicht als Teil dieses Tutorials. Aber falls ihr gute Ressourcen findet, schreibt die doch einfach mal in die Videokommentare. Wir klicken jetzt hier auf Grid Background und exportieren das mit STRG E. In dem Moment wollen wir das als SVG. Ich gehe hier auf Ändern, suche mir auf meinem Desktop meine fertige Grafik, also mein Projekt. Und hier sehe ich schon Assets und hier Images. Und hier will ich das einspeichern. Und in dem Moment kann ich sagen, ich möchte das Ganze optimiert haben und exportiere mir das Ganze jetzt. Und ersetze das. Ich habe das schon abgespeichert. Und damit haben wir unser Bild erstellt und haben unser fertiges Muster. Jetzt können wir uns um den eigentlichen Effekt kümmern. Los geht's! So wie immer geht es los mit einer kleinen Erklärung unserer Setups. Hier seht ihr Visual Studio Code. Hier seht ihr Chrome. Das ist meine Standardentwicklungsumgebung. Die ist in der Videobeschreibung verlinkt. Basiert mehr oder weniger auf Veed. Ansonsten nutzen wir nicht ganz CSS, sondern SCSS. Das ist CSS mit einem Preprocessor. Und hier werden wir alles in dieser Style.SCSS schreiben. Ihr seht, ich importiere hier schon ein Preset. Das sind mehr oder weniger einfach nur einige Farbvariablen. Eine Schrift ist für dieses Tutorial komplett irrelevant und sorgt nur dafür, dass mein Hintergrund und meine Live-Demo quasi schwarz ist. Ansonsten macht das aber nichts. Ihr seht aber hier leuchtet schon etwas grün. Und das ist unser Bild, das wir gerade eben erstellt und hier jetzt in unser Projekt hier reingespeichert oder exportiert haben. Das ist in diesem Fall ein SVG. Ihr könnt aber auch ein PNG, ein JPG oder was auch immer nutzen. Sofern es im Internet unterstützt wird, sofern es von CSS Background unterstützt wird, würde es für diesen Effekt funktionieren. Ich empfehle allerdings SVGs, weil es die kleinste Dateigröße ist und zusätzlich endlos skaliert werden kann. Was nicht ganz unwichtig für dieses Tutorial ist. Ansonsten legen wir jetzt los und bauen unseren eigentlichen Effekt. So, jetzt gucken wir uns mal an, wie wir das Ganze wirklich erzeugen können. Und das Ganze ist ziemlich einfach. Als erstes definieren wir uns im Body, weil ich möchte den Effekt auf unseren Body legen. Ihr könnt das natürlich auf jede Art von Div-Container oder HTML-Element legen. Ist natürlich komplett euch überlassen. Als erstes sage ich Background-Image. Das machen wir natürlich wie immer über eine URL. Hier drin haben wir einen String, der in unserem Assets-Ordner, in unserem Images-Ordner, das Grid-BG.svg aufgreift. In dem Moment, wenn ich das jetzt hier zufüge, haben wir hier schon unser Bild. Das ist jetzt sehr, sehr klein, aber wir haben ja unser Bild als .svg, also als Vektorgrafik abgespeichert. Das bedeutet, wir können das verlustfrei verändern mit Background-Size. In diesem Fall sage ich hier jetzt einfach mal 10 RAM, speichere das Ganze ab und jetzt ist unser Background schon größer geworden und das funktioniert wunderbar. Das nächste, was wir brauchen, wir wollen hier einen Repeat. Das macht er zwar automatisch schon mit Repeat, aber wir müssen hier noch diese beiden Nullen definieren, damit unser Animationseffekt gleich immer einen wirklichen Nullpunkt hat, auf den er sich refinanzieren kann. Ohne das wird der Effekt nicht funktionieren. Außerdem brauchen wir natürlich eine Animation als erstes mit einem Identifier. Und zwar sagen wir Infinite Move, das ist der Name unserer Animation. Wir wollen als Timing-Funktion, dass das Ganze linear, also gleichmäßig läuft. In dem Moment, wenn ihr hier beispielsweise eine BZ-Kurve einsetzt, wie Ease-In oder Ease-Out oder sowas, wird eure Animation ruckeln, weil sie beschleunigt und dann abbremst. Wir wollen das nicht, wir wollen, dass es linear, eine gerade Linie quasi durchläuft. Und das ist ganz wichtig. Außerdem soll das Ganze infinite laufen und in unserem Fall 1000 Millisekunden. Natürlich haben wir jetzt noch keine Animation, die müssen wir jetzt hinzufügen. Sagen also Add und dann hier Keyframes. Hier sagt er mir schon, hey, ich brauche ein Identifier, in diesem Fall Infinite Move. Außerdem sagen wir hier, etwas soll bei 0% passieren und etwas soll bei 100% passieren. In unserem Fall sagen wir, soll hier Background Position definiert werden. Wir starten natürlich bei 0,0. Und in dem Moment, wenn wir hier unten sind, animieren wir quasi die Größe, also hier oben 10 RAM und 10 RAM, speichern das Ganze ab und unsere Animation läuft wunderbar. Das Ganze funktioniert also, wir können das Ganze jetzt aber noch verbessern, weil so wie es hier ist, funktioniert es. Das ist der kleinstmögliche Effekt, den könnt ihr quasi copy-pasten in CSS und es wird funktionieren. Aber wir wollen das Ganze mit SCSS noch deutlich verbessern, damit der Code ein bisschen variabler wird und dass man es einfacher und ein bisschen effizienter verwalten kann. So, das Erste, was wir machen, wir definieren uns hier oben, wenn wir das Ganze verbessern wollen, mal eine Variable namens Background. Diese Variable bekommt jetzt von uns einfach hier unsere URL und hier unten ersetzen wir das durch Background, damit ist unser Code hier unten ein bisschen aufgeräumter und wir könnten hier auch lange URLs ziemlich einfach verwalten. Außerdem haben wir hier dreimal die 10, die sich quasi ja immer wiederholt und das wollen wir nicht. Dazu sage ich jetzt hier eine Variable, die nennen wir einfach Scale und die bekommt die Größe 10. Außerdem haben wir eine Variable mit der Größe, also mit dem Namen Size und diese bezieht sich in dem Fall auf Scale und wir hängen an Scale einfach dran und dann können wir jetzt hier hingehen und sagen, okay, wir ersetzen überall die Größe einfach durch Size. In dem Moment, wenn ich das jetzt abspeichere, hier aber 1 eingebe, also das ganz klein mache, dann seht ihr, das sieht irgendwie komisch aus, ein bisschen größer bei 3. Ihr seht, das animiert sich, es funktioniert, aber es ist unterschiedlich groß. Wenn ich hier zum Beispiel sage 50, dann seht ihr, es läuft sehr, sehr schnell durch, obwohl sich ja eigentlich unsere Zeit nicht verändert hat. Das ist einfach ein optischer Effekt und deswegen muss unsere Größe oder die Animationsgeschwindigkeit sich an unsere Größe anpassen. Hierzu sage ich jetzt eine weitere Variable, die nenne ich Speed und auch diese bekommt eine Zuweisung, in diesem Fall auch wieder Scale und wir sagen Scale mal 200 und hängen hier Millisekunden hinten dran. In dem Moment kann ich das jetzt nämlich nehmen und hier einfügen, statt unserer fixen Größe. Jetzt bewegt sich das nämlich langsamer, weil es quasi mit unserem Skalierungsvektor hier oben mit der 50 skaliert. Wenn ich das jetzt auf 5 setze, bewegt es sich immer noch gleich schnell. Selbst wenn ich hier 100 reinschreibe, sieht es immer noch mit einer gleichbleibenden Geschwindigkeit aus und das ist ganz praktisch, deswegen finde ich das so deutlich angenehmer zu verwalten. Wir können aber noch mehr machen. SAS bietet die Möglichkeit, auch Funktionalitäten einzubauen. Also wir können zum Beispiel ein bisschen Zufall hier reinbringen mit Condition und hier sagen wir jetzt Mass. und dann Random. Und hier können wir jetzt einfach sagen, okay, unsere Random-Funktion hat ein Limit von 2. Das Ganze wird jetzt nicht funktionieren, weil wir SAS mitteilen müssen, dass er jetzt quasi Mass nutzen muss. Das müssen wir ganz oben in der ersten Zeile einfügen, nämlich use SAS Doppelpunkt Mass. Und in dem Moment können wir jetzt hier einen zufälligen Wert zwischen 1 und 2 nutzen. Das heißt, wir können zum Beispiel hier sagen, add und dann hier if, Klammer auf Klammer zu und hier unten else, auch wieder Klammer auf und Klammer zu und sagen, okay, bei else soll er das normale nutzen und hier oben soll er das Ganze doch mal bitte mit minus einfach in eine andere Richtung animieren. Und wir können jetzt hier oben einfach unser Condition nehmen, das hier einfügen und sagen gleich gleich 1. In dem Moment, wenn ich das jetzt abspeichere, kann es immer mal per Zufall in eine andere Richtung gehen. Jetzt geht es in diese Richtung und wenn ich das jetzt ein paar Mal abspeichere, geht es jetzt wieder in diese Richtung. So habt ihr ein klein bisschen Zufall drin, ist jetzt kein wirklicher sinnvoller Effekt. Ich wollte das mal gezeigt haben, weil es viel zu selten genutzt wird, finde ich, und ich das in diesen Tutorials einfach ein bisschen häufiger mal verwenden möchte, weil ich es eigentlich in meinem Alltag relativ häufig verwende. Damit habt ihr aber euren Animationseffekt erstellt, habt ihn relativ variabel gehalten, also ihr könnt nur mit dieser einen Zahl die Geschwindigkeit und auch die Größe verändern und das Ganze ist ziemlich cool und ich kann es nur empfehlen, mal irgendwo einzusetzen. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr irgendeine Verwendung dafür seht oder einen Link zu eurer Webseite, wo ihr es verwendet habt. So, das war es wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, ganz oben in der Videobeschreibung sind jede Menge Social Media Links, wo ihr mich erreichen könnt. Ihr findet dort aber auch jede Menge Partnerseiten, wo ihr diesen Channel supporten könnt. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao! ru Top 10